Also, wir sind jetzt hier in Wales. Hast du das eingeschaltet? Ja, habe ich. Und machen jetzt Straßenumfragen mit Passanten. Gut, so schaut's los. Jetzt, Ferns, zu. Partiertest du gerade auf jeden Fall? Ich bin gerade dabei, meine Schokoladensucht in den Griff zu bekommen. Das versuche ich gerade. Deswegen ist ich gerade ein wenig dunkel Schokolade, weil da ist wohl nicht so viel angeblich. Das ist eine interessante Herangehensweise. Versuchst du die Schokolade-Sucht in den Griff zu bekommen, indem du mehr Schokolade isst? Nein, dunkle Schokolade. Dann kann man nicht so viel davon essen, angeblich auf eine Milchschschokolade. So geht das. Verzichtest du gerade auf jeden Fall? Ja, zwangsweise. Aber ich habe es vorher auch schon gemacht. Das war bei mir an der Mutter schon. Und jetzt mache ich halt zusätzlich noch negativ. Normal mein Auto fahr, fahre jetzt zusätzlich noch meinen Raub. Ich glaube, ein positiver Nebeneffekt. Verzichtest du auf jeden Fall auf jeden Fall? Nein. Verzichtest du gerade auf jeden Fall, was du verzichten? Nein. Ich versuche es, ja. Verzichtest du gerade auf jeden Fall zu verzichten? Ich versuche es, ja. Verständnis nicht zu gut? Nein, Zigaretten. Ein bisschen weniger ist schon, aber so vier, fünf am Tag sind es schon. Aber das war das höchste Mal, das war ja schon sicher 20. Das ist ein kleiner Erfolg. In der Innovation. In der Innovation. In der Innovation. Ja, das ist ja auch eine Volksgeschichte. Ja, dann kann man auch noch nicht wirklich vergleichen, ob es wirklich lieber aufs Ziehen hat. Na ja. Viel Glück. Danke. Danke. Boah. Ich bin jetzt ja anspruchsvoll von dem so richtigen Verzichten, auf was tue ich nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, dass ich jetzt unbedingt so viel brauche. Von Grund auf. Deswegen muss ich auch nicht so viel auf was verzichten. Verständnis nicht mit dem anderen nicht den ganzen screw. rolegekvelmente mit zwei Raum. Natürlich! too und nicht mit zweiood RCs. одар.